Ich würde sagen, das ist genug Material. Den nutzen wir gar nicht so viel. Das ist genial. Bist du verrückt? Nein. Ich schneide es ja eh zurecht. Boah, die Qualität ist saugut, ob die das mal an. Riecht mir da so gut. Das kommt alles mit ins Video. Sehr gut. Ich kann nicht erstellen. Next time. Das sind schon die vier Nachrichten, warum kein Video kommt. Aber jetzt kommt auch eins. Das essen wir da hinten. Das Handtrum ist ja gar nicht. Das ist nicht irgendwas ganz schönes Spiele. Ich bin paint. Jetzt ich, jetzt ich. Ich betrachte, ich betrachte. Okay. Zicke. Eine Libelle mit einem runden Ding. Erkennst du doch bitte Libelle? Mach du bitte mal was. Aber Mademoiselle, seht ihr diesen Mittelfinger an? Das ist aber eine ganz schön pralle Faust da unten. Wir entwerfen da jetzt ein Logo. Okay. Okay, bitte. Wow. Ich finde es so krass. Das ist echt, das ist total krass. Und es wäre doch total cool, wenn der Strich und der und der Strich. Wenn der von der Richtung einen Floppe käme und der dann von der. Und dann treffen sie sich mit und bam. Geht das mit paint? Hallo. Pinsel. Wow. Das sind schöne drei Piller. Boah, ich fuhl cool und so auf einmal. Also, ich kann die Immensität nicht in Worte fassen. Ist das Dreck? Guck mal, ist mein Bildschirm so dreckig? Es kann ruhig ein bisschen mehr YouTube-Geld kommen, ja? Damit ich jemanden anstellen kann, der den Bildschirm sauer macht. Boah, Unschärfe auf einmal. Das ist doch ein Bunny. Das ist ein Ani-Ani-Bunny. Fast den gleichen habe ich doch auf meinem Kittel. Ich würde sagen, das ist genug Material. Wir nutzen mal gar nichts dafür. Das ist genial. Bist du verrückt? Nein. Schei... Oh, ne, Moment, warte. Toll. Ja, genau. So, denn das ist der Grund, warum nur dieses Video kam, gell? So. Also. Endcut-Musik. La-la-la-la-la-la-la. Nina, sag auch mal was. Juhu. Juhu. Warte, hier. Oh, das geht ab. Ja. Ja.